Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des Intertec AM1 Aluminium, einem eleganten Gehäuse, welches etwa für 64 Euro erhältlich ist. Wie immer möchte ich zuerst mit den Äußerlichkeiten anfangen, beginnend mit der Front. Diese ist aus einer einzigen Aluminiumplatte gearbeitet und wird oben gebogen und setzt sich dann fort. Wie ich finde, sieht das schön aus, da wenn alles so aus einem Guss ist, wenn man zwei Teile verwendet hätte, würde es etwas grobschlechtiger aussehen. Die Frontpanelanschlüsse sind in das Aluminium eingelassen. Wir haben zweimal USB 3.0, einmal USB 2.0, Kopfhörer, Mikrofonanschluss und einen Powerbutton, der ein etwas merkwürdiges Druckgeräusch hat. Ich lasse euch mal ganz kurz reinhören. Der verursacht nämlich so ein leichtes Plinggeräusch wie bei einer Feder. Ist nicht jedermanns Sache, aber der Druckpunkt an sich ist gut. Die Seitenwand besteht komplett aus Plexiglas und ist stark getönt. Ohne Beleuchtung von innen kann man da ohne weiteres nicht durchgucken und alles wird gespiegelt und man sieht eigentlich nichts. Der Vorteil, zumindest an der anderen Seite, ist natürlich, dass man sein Kabelmanagement problemlos verstecken kann, ohne dass ohne Beleuchtung hinten jemals wer sieht, wie die Kabel verlegt wurden. Der Nachteil ist, wenn man etwas sehen möchte, muss man hier wirklich mit LEDs arbeiten. Von der Verarbeitung her sind beide Seitenteile gut angepasst. Wir haben keine unansehnlichen oder rauen Kanten. Alles ist schön abgeschliffen und passt auch gut Richtung Gehäuse. Dort sind keine größeren Spalte vorhanden, die Spaltmaße stimmen also. Schauen wir uns die Rückseite des Gehäuses an. Sehen wir schon, Mikro-ATX-Formfaktor, vier Slotblenden. Diese sind eigentlich Silber, hier ist jetzt noch eine blaue Folie drauf. Die ist aber so gut aufgeklebt, dass ich sagen würde, wen das Blau besser gefällt, mir zum Beispiel, der kann die problemlos drauflassen, ohne dass es irgendwie hässlich und unsauber aussieht. Ist vielleicht original nicht so gedacht, aber warum nicht? Hier hat man dann die Wahl zwischen zwei Farben sozusagen, außer jemand stört sich wirklich an der Folie. Darüber lassen sich zwei 80mm Lüfter verbauen. Die Luftdurchlässe hier finde ich etwas klein geraten, denn die Metallstücke zwischen den Luftdurchlässen sind ja eigentlich schon größer als die Luftdurchlässe selbst. Da hätte man die etwas größer arbeiten können. 80mm Lüfter hier nur möglich, heißt es ist natürlich ein begrenztes Angebot an guten Lüftern am Markt vorhanden, weil 80mm mittlerweile ja schon kleiner als der Standard ist. Wenn man aber wirklich etwas Leises möchte, wird man dort immer noch fündig. Darüber wird das Netzteil installiert, in diesem Fall oben. Finde ich bei dem Gehäusedesign ganz sinnvoll, da das Netzteil so noch die Abluft mit abfördert. Für das Netzteil natürlich nicht ganz so gut wie die normale Variante mittlerweile in Midi-Tauern, wo es eine eigene kalte Luft kriegt. Ein paar begrenzter Abluft, die im Gehäuse möglich ist, aber für den PC als Ganzes sicherlich so die bessere Wahl. Schauen wir uns das mitgelieferte Zubehör an, welches äußerst spartanisch ausfällt. Wir haben nur ein paar Kabelbinder in so einem weißen Schrägstrich Computer beige, dann haben wir ein paar Entkoppler für eine Festplatte und ein paar Plastik-Standoffs, die ich so auch nicht mehr gesehen habe in langer Zeit. Aber wir haben auch noch ein paar Schrauben, diese sind komplett silbern. Da das Gehäuse jetzt auch teilweise silbern ist, kann man sagen, hätte man lieber schwarze Schrauben gehabt, oder sind die silbernen okay? Ich hätte schwarze schöner gefunden, aber negativ fallen sie beim ganzen Gehäusedesign auch nicht auf. Werfen wir als nächstes einen Blick in das Gehäuse, welches auf den ersten Blick recht geräumig wirkt für seine Größe. Das liegt am Verzicht von normalen HDD-Schächten, wo die dann installiert werden, dazu kommen wir später. Unten können wir einen 120mm-Lüfter installieren. Der wird im Normalfall für die Frischluftzufuhr sorgen, denn wir haben ja vorne durchgehend Aluminium, da kann keine Luft herkommen und irgendwie muss der PC ja mit Frischluft versorgt werden. Ein Staubfilter ist nicht vorhanden, also man könnte darüber nachdenken, so eine kleine Matte zu kaufen. Wenn man irgendwo wohnt oder den PC stehen hat, wo es sehr staubig ist, kann das Sinn machen. Da die aber wirklich nicht viel kosten, hätten sie ruhig eine kleine Matte beilegen können. Die Slotblenden werden, wie es sich gehört, geschraubt, wie ich finde, immer noch die beste Methode von allen, die mir so bekannt sind. Zum Rausklipsen aus Plastik wird mit der Zeit meist spröde und fällt immer raus. Und zum Rausbrechen ist aus offensichtlichen Gründen nicht unbedingt schön. Darüber gibt es noch eine kleine abschraubbare Blende, wie man sie von vielen Gehäusen kennt, um den Freiraum zwischen Slotblenden und restlichen Gehäuse abzudecken. Kabel-Management-Technisch ist das Gehäuse überraschenderweise recht gut aufgestellt. Wir haben für mehrere Formfaktoren und Breiten Durchlässe für Kabel, auch an verschiedenen Positionen, um beispielsweise Frontpanelanschlüsse oder Grafikkartenkabel anstecken zu können. Dabei ist ziemlich viel Platz, wie man sieht, hinter dem Mainboard-Tray vorhanden. Bei vielen Gehäusen dieser Art ist das ja oftmals nicht der Fall, deswegen bin ich hier doch positiv überrascht. Die Hauptkabel sollte man hier problemlos verlegen können, ohne dass man die andere Seite draufpressen muss. Die Standoffs sind fest mit dem Gehäuse verbunden, hat natürlich den Vorteil, dass man sie nicht mit rausschraubt, man die Schraube rausschraubt, was mir auch immer wieder passiert und was dann ziemlich nervig ist, wenn die noch am Mainboard hängt. Ganz oben beim Netzteil haben wir eine weitere große Durchführung für Kabel, sodass es kein Problem sein sollte, alle Hauptkabel erstmal durchzuführen nach hinten, um sie dann entsprechend so zu verteilen, wo sie hin müssen. Kommen wir zu den Laufwerksoptionen. Ein Fünffiertel-Zoll-Laufwerk können wir hier natürlich nicht verbauen, das hätte, wie ich finde, auch nicht wirklich ins Design gepasst. Sonst ist markiert, wo das geht. Hier die SSD. Keinerlei Entkoppler vorhanden, das wird standardmäßig geschraubt, aber SSDs machen ja auch so oder so keine Vibrationen. Hier vorne am Bracket können wir eine HDD anbauen, Verschraubung für SSDs oder generell 2,5 Zoll Laufwerke sind auch vorhanden und wir haben ja diese kleinen Entkoppler mitgeliefert, das heißt, wenn wir wirklich eine HDD verbauen möchten, können wir sie im Fall der Fälle auch etwas entkoppeln. Unten nochmal das gleiche wie am Bracket, also Bohrungen für 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll HDDs oder SSDs, je nachdem, was man verbauen möchte. Die meisten werden hier wohl schon auf SSDs setzen und eine HDD noch für Daten. Die Frontpanelanschlüsse sind relativ inkonsistent gearbeitet. Während man bei dem Powerbutton, PowerLED und so weiter einfach nur ein schlichtes Schwarz genommen hat, wunderbar, ist HD Audio und USB ziemlich inkonsistent gesleeved. Bei dem einen ist es ein bisschen weiter. Bei HD Audio hat man noch 3 cm komplett bunte Kabel am Ende, muss jetzt nicht wirklich sein. Und USB 3.0 kommt in einem knalligen Blau daher. Durch das Sichtfenster vielleicht nicht unbedingt so schön, da es aber stark getönt ist, wird es ohne Beleuchtung gar nicht sichtbar sein. Und selbst mit Beleuchtung sollten die Farben nur deutlich abgeschwächt zum Vorschein kommen, sodass das nicht ganz so sehr ins Gewicht fällt, als hätte man hier einfach eine nicht getönte Scheibe verbaut. Was noch mitgeliefert wird, ist dieser USB 3.0 zu 2.0 Frontpaneladapter. Finde ich super, denn gerade viele ältere und Budget Mainboards, die hier vielleicht Einzug finden werden, haben nicht immer FrontUSB 3.0 und hier hat man nochmal einen Adapter, um das entsprechend umkabeln zu können. Die kosten, wenn man sie neu kaufen möchte, mehr als man für so ein einfaches Kabel denkt. Deswegen super, dass man sie hier mitgeliefert hat. Soviel erstmal zum Inneren des Gehäuses. Ich denke, ich habe alle wichtigen Punkte angesprochen. Da ich grundsätzlich denke, dass man ein Gehäuse erst beurteilen kann, wenn man einmal ein PC darin zusammengebaut hat, werde ich genau das im nächsten Schritt machen und mein Testsystem verbauen. Das ist in diesem Fall nicht das übliche Testsystem, was ich für MATX-PCs bzw. Gehäuse verwende, sondern ich konnte in diesem Fall der Versuchung einfach nicht widerstehen, einen ARM1-PC in das ARM1-Gehäuse zu bauen. Ja, das musste an dieser Stelle einfach sein, deswegen hat das Review auch zwei Tage länger gedauert, weil erst noch das Board mit der Post kommen musste. Das Arbeiten selbst verlief überraschend angenehm. In den meisten HTPC-Gehäusen, nenne ich sie mal dieser Größe, hat man mit dem Kabelmanagement ordentlich zu kämpfen. Da man in diesem Fall aber viele Durchführungen hatte und auch anständig Platz hinter dem Mainboard-Tray, ließen sich die Kabel wirklich ganz gut verstecken. So im offenen Zustand sticht natürlich besonders das blaue USB 3.0-Kabel raus. Wenn man die Scheibe drauf macht, wird es aber nicht mehr sichtbar sein. Das gleiche gilt für die anderen bunten Kabel, wobei hier positiv zu erwähnen ist, dass die Kabeldurchführung im unteren Bereich sehr praktisch ist und dass genug Platz gelassen wurde, wenn man hier einen 120mm-Lüfter verbaut. Dieser würde in dem Fall auch direkt auf die Grafikkarte pusten. Das kommt ihr natürlich sehr zugute und wenn man jetzt hier eine mit DHE-Design verbaut, hat man quasi den eigenen kleinen geschlossenen Kühlkreislauf schon für die Grafikkarte. Das Airflow-Konzept scheint mir also recht durchdacht. Und für die Abluft des CPU-Kühlers ist bei einem Top-Low-Kühler wie diesen hier dann das Netzteil noch mitverantwortlich und eventuell verbaute 80mm-Lüfter. Wer richtige High-End-Gaming-Systeme verbauen möchte, da kann es mit dem Airflow natürlich etwas eng werden. Ich denke mal, dafür ist das Gehäuse aber auch nicht hauptsächlich gedacht. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt hat mich das erste Gehäuse, was ich von Intertech habe, positiv überrascht. Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut, ich habe keine scharfen Kanten entdecken können, alles ist gut entgratet und passt wunderbar ineinander. Das Aluminium macht einen sehr edlen Eindruck. Ein paar Kritikpunkte sind dennoch vorhanden. Zum Beispiel habe ich gänzlich eine Anleitung vermisst. Wirklich nötig ist sie bei einem Gehäuse natürlich nicht, aber sie gehört, wie ich finde, immer noch dazu. Außerdem sind die Frontpanel-Anschlüsse nicht so wirklich gesleeved. Der Power-Button hat einen etwas nervigen Nachklang und eine kleine Staubfiltermatte für den 120mm-Lüfter hätte man wirklich noch beilegen können. Dennoch kann das Gehäuse als Ganzes überzeugen und für 64 Euro geht man hier wirklich keinen schlechten Deal ein. Wer es also auf der Suche nach einem schicken, schlichten Gehäuse ist für einen größeren HT-PC oder einen kleinen Gaming-Rechner und auf dieses Design steht, der kann hier sicherlich zugreifen. Insgesamt erhält das Intertech AM1 Aluminium deshalb von mir den Mr. Apfel Silber Award. Das soll es mit dem Review dann auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer bei einem Like oder einem Abo sehr freuen. Fragen, Kritik und Anmerkungen wie immer gerne in die Kommentare. Ein herzliches Dankeschön auch an Intertech für die Bereitstellung ihres Gehäuses für diesen Test. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Tschüss!